Es ist einfach so das Gefühl, als würde man irgendwie fliegen. Das war richtig schön. Mehr Aggressivität im Spiel. Das bedeutet nicht, dass ich hier klinge, aber es bedeutet, dass ich das. Und du musst in Zürich ein Leader sein. Gerade im internationalen Niveau kommt es brutal auf den Körper an. Ich weiss nicht, was es wäre. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ein Leben ohne Fussball wäre schon ein grosses Teil, das fehlen würde. Das ist ganz sicher. Ballaria! 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 Immer wenn ich zuhause bemüht bin und denke, dass ich uns kräftig genossen lasse, dann stelle ich mir einfach immer die Frage, ob ich Profi wäre oder nicht.